moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren folge two point hospital herzlich willkommen zum stau vom spritzenhaus spritzzimmer ich will hier die marketingkampagne die hat noch einen monat die darf man mal auslaufen ach komm wir gucken uns mal was wir für sterne gekriegt haben ja zeig mal her mir fehlt nur noch höchstens präsentiert und keine todesfälle haben sie nur mal gekriegt gut ja drehen euch mal schön vom spritzenhaus den kriegen wir auch abgedatet hier werden ein paar verrecken denke ich mach da muss er zum klo gehen wenn er dringend zum klo muss mit 40 leute das tempo mal ein bisschen höher und die forschung fällt auch noch fertig oh ja so wenn der januar durch ist dann müsste auch die marketingkampagne durch sein dann machen wir mal eine allgemeine noch rein die kampagne ist durch die kampagne ist durch für drei monate alle mehr geld immer wollen ja das upgrade für die farbdinge ist es auch gleich fertig fortbildungen sind durch fortbildungen sind durch das sind noch 36 leute das geht ich werde jetzt nicht kosten decken ah ich brauche keine kosten mehr decken ich werde den dritten sterbe haben und dann ist gut bei dem dann kommt man einfach hier so eine herausforderung rein lustig ist man kann die herausforderung obwohl die gar nicht online sind das ist echt lustig Ich weiß halt nicht ob das zählt, mit denen die das Level gespielt haben und die gleiche Zeit, ich weiß es halt nicht wie die das zählen Oh Nehmen wir einen externen, wir haben genug Knete Schicken wir mal die alle da hin und die ist abgeschlossen, das heißt, wenn der Notfall durch ist, können wir das Ding upgraden Und wir starten mal für das Spritzenhaus, da haben wir auch schon Punkte drauf Können wir das gleich mal weiter machen, noch Mal fehlgeschlagen, okay Ja komm, der letzte muss auch noch da wieder rein Was ist das denn jetzt so noch? Ich verstehe das nicht mit dem Wert Jetzt habe ich gleich mal ne 3 Marketing Kampagnen und der Wert passt da nicht mehr oder was? Im Kotzen Alter, warum fällt denn der Wert so mega? Ja 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 So immer noch 27 die warten ok noch 40 patienten heilen aber das steigert den wert auch nicht was sagt denn die marketing abteilung kleine wird nur noch der wert ich nicht mehr so viel gewinn mache oder was naja mal gucken was sagen denn die patienten aber der rest muss doch ganz gut laufen eigentlich ist bei 99 prozent sogar noch ein bisschen mehr gewinnen nicht die 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 16 leute hier doch heilen mal schauen jetzt staunen sich die leute wieder davor ich verstehe das nicht 30 arztpraxen wieder weitergefallener wert das kann nicht so ein bug ja auch das kriegen wir noch hin ja ob das eine gute idee war es geht ja recht schnell hier im schrotzenhaus moment ich kann das doch anders machen kann auch gucken harte schlange einfach ja Ich habe den Foto gepackt, was ich? Was müssen wir zuerst rankommen? Ähm... Hat ja noch ein Spritzenhaus 2... Wie sind das 5? Habe ich 5 gekriegt? Ne 6 1 Nächster... Hier muss doch noch irgendwo einer mit einer Tüchter auf dem Kopf rumrennen Vielleicht? Ne... Alles... Da müsste es sein So... Ah, jetzt steigt der Wert langsam wieder... Ich mehr Gewinn mache, okay Ich bin... 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 Ich bin...